UNTERTITELUNG Seine Kämpferin. Dein Fahrer ist hier. Der Mentor und sein Schützling. Klärst du mich noch auf? Glücksspielschulden. Ich hab' nicht gesehen! Zeig dir deine Taten! Hey, hey, hey! Wie heißt du? Billy. Wo kommst du her? Atlanta. Das ist weit weg von zu Hause. Du bringst alle deine Dates hierher, oder? Ja, in der Tat jeden. Haben sie Kinder? Eine Tochter. In deinem Alter. Was machst du nochmal? Das Zimmer ist bis Ende der Woche bezahlt. Pass auf dich auf. Du siehst aus, als hättest du nicht geschlafen. Ich hab' dieses Mädel getroffen, sie bei einem Hotel abgesetzt und äh... Jetzt ist sie weg. Ich bin mir nicht sicher, ob du was tun kannst. Sie ist jemandes Tochter. Wo ist sie? Sie sind gefährliche Leute. Ich kann sie da nicht lassen. Sie ist erst 15. Ist alles okay? Wer ist dein Freund? Das ist deine Geldfabrik. Oh, es ist sehr viel mehr als das. Ich kenne die Welt da draußen sehr gut. Ich habe sie gesehen und erlebt. Genau wie diese Mädchen. Und ich habe überlebt. Du hast mich verarscht! Ich hab' dir vertraut. Ich bin hergekommen, um dich zu retten. Ich habe nichts damit zu tun. Du hast alles damit zu tun. Du hast alles damit zu tun. Ich habe das alles. Sie sind ganz offen. Deine Frau. Ich mache mit... Scheine appointments... ...